Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribut von VARO5 und heute die Folge 13 hoffe ich mal, ich bin mir relativ sicher. Ja, wir gehen erstmal drauf, weil niemand gerade drauf ist und es gibt aber wichtige Sachen mitzuteilen. Und zwar hat sich der liebe David entschieden, dass er beim Finale nicht mitmachen wird und somit auch, ja man sieht es hier schon, ähm, Jungs, ach man, ich will doch hier gerade erzählen, also muss echt nicht. Und somit halt, ähm, ja, eigentlich auch nicht mehr mitmachen brauche, ist das Problem. Deswegen hat er sich entschieden, dass er sich halt selber umgebracht hat und mir den Stuff in eine Kiste gelegt hat, die hier in diesem Grab drin ist. Wenn ich mich mal bewegen könnte, könnte ich auch dieses Kack-Skelett hier mal umbringen und euch das zeigen. Hier liegt David Ding für Fizzy. Hier drunter ist jetzt ein ganzer Stuff, den werden wir uns jetzt angeln und, ähm, kann man natürlich nicht aufmachen. Ja, er hat einen niceen Stuff auf jeden Fall dabei. Äh, so, wir nehmen uns erstmal das raus, die Enderpol nehme ich mir auf jeden Fall mal raus, die drei Gaps, das haben wir schon mal sechs. Äh, das Gold brauche ich auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Er hat einen Crossbow? Wusste ich gar nicht, Junge. Hä? Okay, wir brauchen die Schere wahrscheinlich nicht. So, wir haben jetzt hier zwei Sharp-2-Schwerter und dann da noch, ja, das ist ein bisschen doof. Wir werden wahrscheinlich ein Sharp-2-Schwert als Backup benutzen, das heißt, ich werde mir jetzt, äh, wenn ich hier einen Amboss hätte. Junge, Sebas, Mann. Ey, der Typ macht mich fertig, ne? Das ist unfassbar. Alles klar, direkt verkackt. So, wir haben noch ein bisschen Gold hier, was ich hier reinmachen werde. Ich hoffe mal, er hat noch, äh, ja, Kohle dabei gehabt. Nice, wo ist das Gold drin? Da. Aha. Hat er selber noch Gold gehabt? Okay, nein, aber er hat noch Bücher gehabt, die sind wichtig. Er hat Steaks gehabt noch. Ähm, na, nein, Enchanter, das brauche ich jetzt alles gerade nicht. Er hat das noch, ach, jetzt habe ich zehn unterschiedliche Sorten Fleisch, das ist halt ein bisschen das Blöde. Naja, gut, irgendwie klappt das schon. So, die Schuhe sind wichtig, denn ich habe nämlich gar keine Dier-Schuhe. Jetzt bin ich nämlich Voll-Dier. Die werde ich mir wahrscheinlich immer mitnehmen. Das kann ich, das brauche ich alles nicht. Das nehme ich jetzt nicht mit. Die Music-Disc wird auch wieder reingepackt. Den Power-1-Bogen brauche ich, wo habe ich den denn her, Junge? Hä? Brauche ich einen Power-1-Bogen her? Das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche wahrscheinlich nicht drei Wassereimer. Ähm, deswegen würde ich mal einen weglegen. Aber Lava-1-Bogen nehme ich auch einen mit. Meine Axt, oh Gott, ich brauche unbedingt eine Dier-Axt eigentlich, aber wir haben keine Dier. Deswegen wird wahrscheinlich nicht klappen mit Dier-Axt. So, das Schwert nehme ich mir auf jeden Fall mit, das ist sehr wichtig. Das Eisen kann ich mitnehmen. Ich habe jetzt noch eine Placerode, okay. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ich denke mal nicht, dass ich noch Dingsen werde. Warte mal, kann ich die hier irgendwie, kann man die so zusammencraften? Ja, aber da geht eine Chance verloren, ne? Ah, wäre schon nicht schlecht, das ist noch eine volle Dierspitze zu haben. Ich meine, Chance of Efficiency, glaube ich. So, ähm, die Arrows nehme ich auf jeden Fall mit. Er hat auch noch zwölf, sehr schön. Ähm, das brauche ich alles nicht. Äh, gut, ja, er hat den Helm, das brauche ich noch und das nehme ich auch noch mit. So, dass ich dann am Ende eigentlich alles habe, was ich brauche. Sehr schön. So, dann werde ich mir jetzt erstmal einen Prod-3-Helm machen. Ähm, oder? Ja, das habe ich, ja, oder? Ne, Prod-2-Dings wird auf jeden Fall nichts mehr. Die Schuhe müssen repariert werden, das ist wichtig. Und richtig ist es tatsächlich auch. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal eine Prod-2-Hose. Ähm, ne, ne, mache ich mir nicht, weil ich, denke ich, keine Hose habe. Aber einen Prod-3-Helm mache ich mir tatsächlich auch nicht, weil ich nicht genug Level habe. Schön. Okay, das heißt, ich mache mir jetzt erstmal tatsächlich gar nichts. Außer, dass ich jetzt, ähm, ich habe noch einen Sharp-2. Ja, Sharp-2, das würde ich halt auf den Wendern auf einer Axt dann drauf machen, ein Sharp-2. So, das würde ich jetzt erstmal die erste Folge hier ein bisschen, ähm, Bäume farmen, also Äpfel farmen, um genauer zu sein. So, das würde ich jetzt mal sehen. Ich brauche, ja, guck mal, 5 Gaps, ähm, sind es auf jeden Fall nochmal. 11 Gaps habe ich jetzt noch. So. Da sollte sowieso nichts mehr Wichtiges drin sein. So, dann nehme ich hier nochmal das hier mit und so, und dann gehen wir wieder nach unten. Ein paar Schuhe, was ich, oh, guck mal, alter, was? Und es sind direkt perfekt Anzahl. Ja, scheiße, auf die Armor hier gerade, auf die Hoss. Ey! Also, irgendwann reicht's, ne? Jetzt kommt Severs-Safe gleich wieder mit, oh mein Gott, X-Ray und sowas. Aber man muss ja manchmal einfach Glück haben, verstehst du? So, welche Tiere wissen wir? Ja, ich wusste es! Ich wusste es! Junge, Severs, alter. Aber, ach, guck mal, Digga, oh mein Gott. So, nicht so schön. Das ist wirklich, ich hab, das, Junge, das war eine richtig produktive Folge. Auch wenn ich so wenig Zeit hatte, hab ich so viel gefunden einfach. Ja. Ne, find ich nicht mehr. Boom, Junge. Und damit wurde ich gekickt. Das war's mit Folge 13. Sieht man da auch noch. Haha, 13. Ähm, ja, nächste Folge wird auch noch ganz wild. Da werden wir jetzt noch weitermachen. Ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ach ja, heute gleich. Könnt ihr direkt im Anschluss gucken. Die kommen beide am Finaltag. Na dann, tschö.